Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist mit ihrer Klage gegen eine hohe Rückzahlung an das EU-Parlament gescheitert. Le Pen muss rund 300.000 Euro EU-Mittel erstatten, mit denen sie eine Assistentin bezahlt hatte. Die Chefin der französischen Partei Rassemblement National, vormals Front National FN, konnte aus Sicht der Richter nicht nachweisen, dass ihre Mitarbeiterin von 2010 bis 2016 tatsächlich im Parlament tätig war. Die europäische Antibetrugsbehörde OLAV hatte Anfang 2017 mehreren FN-Abgeordneten bescheinigt, ihre im EU-Parlament angestellten Assistenten unerlaubt für die Partei in Frankreich beschäftigt zu haben.